Hallo, ich heiße Melika Votan und ich spiele Erzherzogin Sophie in Bayern. Ich bin der Johannes Nussbaum und ich spiele den Maxi. Und heute spielen wir eine Szene aus der Serie, aber mit vertauschten Rollen. Man muss es ihnen lassen, Maman. Sie wissen, wie man die Untergebenen ermutigt. Man muss es ihnen lassen, Maman. Sie wissen, wie man die Untergebenen ermutigt. Ich frage mich, was die Menschen bezwecken wollen. Das bringt doch alles nichts. Ich habe da aber noch so die Hand einmal hochgemacht. Da musst du auch aus dem Fenster gucken, während du das sagst. Ich frage mich, was die Menschen bezwecken wollen. Das bringt doch alles nichts. Sie wollen gesehen werden. Ich habe Kopfschmerzen. Bring mir ein Wasser her. Sie wollen gesehen werden. Ich habe Kopfschmerzen. Bringst du mir ein Wasser? Maxi tritt an die Hausbar und schenkt ihr ein. Sie beobachtet ihn. Was ist das für ein Spielchen? Ein Spielchen? Was? Ein Spielchen? Verschwende nicht meine Zeit. Wir haben alle unsere Spielchen. Also, was ist dein Spielchen? Franz ist nicht der Kaiser geworden, den Sie sich gewünscht haben. Franz ist nicht der Kaiser geworden, den Sie sich gewünscht haben. Sophie fixiert ihn. Ich habe Mitleid mit meinem Bruder. Mitleid? Ich habe Mitleid mit meinem Bruder. Mitleid? Nein, Augenbrauen hochziehen. Mitleid. Mitleid? Ja, so ist gut. Wie soll ich das erklären? Wenn man jemanden sieht, dem geht es nicht gut und dann fühlt man sich selbst nicht mehr gut. Wie soll ich das erklären? Wenn man jemanden sieht, dem geht es nicht gut und dann fühlt man sich selbst nicht mehr so gut. Und du sagst es wirklich genauso, wie ich es gesagt habe. Ach, vergessen Sie es. Gibt es heute noch eine Pointe? Ach, vergessen Sie es. Gibt es heute noch eine Pointe? Gibt es heute noch eine Pointe? Gibt es heute noch eine Pointe? Die nächsten Jahre gilt es, unser Reich zu erhalten. Es wird uns sonst zerbröseln. Das wissen Sie so gut wie ich. Napoleon, Viktoria von England, die lachen über uns. Und die Preußen scharren mit den Hufen. Sophie schaut zur Seite. Und Sie wissen, dass die Menschen mich mögen. Popularität wird überschätzt. Nicht, wenn man der Einzige ist, der gemocht wird. Und Sie wissen, dass die Menschen nicht mögen. Popularität wird überschätzt. Nicht, wenn man der Einzige ist, der gemocht wird. Ich habe exzellente Beziehungen in ganz Europa. Und ich habe die Unterstützung der... Die Unterstützung, um was zu tun, Maximilian? Ich habe exzellente Beziehungen in ganz Europa. Und ich habe die Unterstützung der einflussreichsten Gruppen im Reich. Die Unterstützung, um was zu tun, Maximilian? Das ist Hochverrat. Das ist Hochverrat? Ich musste es versuchen. Der liebe Gott bestimmt den Kaiser. Den letzten haben Sie bestimmt. Sie haben mir gezeigt, was es heißt, diese Familie zu beschützen. Um jeden Preis. Sie haben mir gezeigt, was es heißt, diese Familie zu beschützen. Um jeden Preis. Geh jetzt. Ich muss nachdenken.